Wir sind die zentrale Verwaltung des Bistums Aachen. Mit rund 430 Mitarbeitenden übernehmen wir unter anderem die Personal- und Pressearbeit, Finanzen und IT für zum Beispiel Bildungseinrichtungen, Beratungszentren und Gemeinden. Du möchtest Sicherheit wie im öffentlichen Dienst, menschliches Miteinander wie im Sozialen Dienst und viel mitgestalten können? Dann komm zu uns! Wir vereinen alles! Egal ob Ausbildung, Praktikum oder duales Studium, wir suchen engagierte Nachwuchskräfte. Starte deine Karriere und komm bei uns hoch hinaus! Egal ob Ausbildung, Praktikum, Praktikum, Praktikum! Egal ob Ausbildung, Praktikum, 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 Praktikum D!